ja willkommen mein name ist der nüro lp und ich begrüße euch zurück zu let's play valkyria chronicles ja in der letzten folge haben wir uns mit alicia hier durchgekämpft bzw sie hat uns den weg frei gemacht und ja wir sind übrigens noch in den nadia ebnen und wir haben einen grandiosen start mit zwei toten zwei toten scouts um genau zu sein ich muss jetzt erstmal aufsammeln mich vor den mörser einheiten hier vorsehen von den snipern von diesen riesigen panzer hier und von den immer wieder anscheinend immer wieder spawnden leuten damit ein spaß so als erstes kommen die panzer die positionieren sich jetzt recht so richtig schön da damit die jeden abfangen können entschuldigen der uns am weg kreuz so aber bloß nicht irgendeiner noch mal vorbei kommt so die panzer zerlegen wir auch sehr gut da oben links ist auch noch irgendwo einer aber den sieht man jetzt nicht mache ich mir seit nächstes und der sniper und der lanza kann mich nicht abschließen der hier abschließen das nervig versuche den mal mit sensoren und den könnte ich auch für die sniper gebrauchen so na wir sind da wohl treffen oder kommt schon ein bisschen ausgeführt worden ist ja läuft wenn ich jetzt ein paar scouts hätte wer wunderbar aber nein okay ja du kannst dich jetzt hier wunderbar bewegen die typen die macht mir nix so ja nein der letzte schuss wird mich eigentlich auf den arm nehmen holst dann mal unsere toten hier wohl ein kommst du mal nicht hin verdammt weil das glaubt ist dann ich kriege grüne luft geil aber ja mal noch genug punkte wirklich alle richtig gute ist wenn die da oben fahren lassen war das noch eine mini tue ich jetzt auch noch entschärfen mein gott überall fahren bringt überhaupt nichts aber vielleicht sollte ich auch mit irgendeinem panzer also mit der schimmrock nach vorne hingehen irgendwie muss ich da zur basis kommen so ähm säcker löchen wir sind mal dahin gehen und knöpfe den scout vor damit wir schön gemütlich dahin kommen können ja heil du mich auch das wäre schön mit claudia eingehen und tote aufsammeln am besten wieder zwei leute wiederholen am besten nach oben noch den scharfschützen erledigen aber ich werde wahrscheinlich sowieso wieder zwei dinger brauchen verdammt also erstmal ein scout und einen sturm truppe hier holen super verdammter dreck ich wollte eigentlich scheiße so wir holen uns wir haben das sind zwei ne erkennt bitte nicht die luft und kevin der weiß man leute hier fern vielleicht überhaupt nicht auf risiko stehe kommt man noch hier jemand hin wenn es alle schwierigkeiten ja vom leihwelt allein ist der nächste panzer ich denke genau da ist aber bloß hier ein einkommen den hau ich kaputt dann kommen noch die hier wo sie macht du auch mal was das war nicht getötet heute jetzt haben wir es ja wohl erlegen na da sollte ich mich vielleicht auch mal um den panzer kümmern weil sonst geht er mir richtig auf die nerven und ich bin direkt im mörser ähm feuer drin darauf sehe ich sowieso noch mal steuern ich merke die edelweiß sie sind nicht in so optimalen zustand idiot auf claudia wieder damit dürfen wir wohl erstmal ein bisschen in sicherheit sein kann ich auch ihn heilen in order mal löschen wo wir können es auch er ist nate abilities danke klingt wie ein mann jetzt ein bisschen aus wie ein mann aber bis eine frau gibt es einfach wie viele leichten da sind dabei ist noch eine gute idee was jetzt dazu positionieren oh gott geht da raus man machst du denn da so jetzt wäre es toll wenn irgendjemand dem panzer da mal etwas ankratzen könnte ich mache gar keinen schaden er wird dann einfach nicht angezeigt wird nicht angezeigt ok ok dann habe ich hier meine stellung ich gehe da gut einer muss ich dahinten um den panzer kümmern naja ich könnte mich um beide also ich könnte zwei auf einem packen ja also nicht mal welche abschließen muss man sieht schon mal gut aus so situation hoffentlich entschärft enforcement war da taucht schon wieder alle auf wie viele dinger die bekommen ist unnormal jetzt kommt der typ auch noch näher ihr könnt mich doch mal geh weg geh weg man warum der mann ach du scheiße das war es mit der edelweiß glaube ich genau aber wir sind sowas von tot lange meine lernt warum so viel kurzer ich meine ganzen einheiten die lenzer ja alle abfangen ja nein hör auf damit darf keiner von den 600 abziehen das ein lancer der darf den nicht ob gott jetzt ist er nicht dran keiner von denen darf wolken angreifen also einer oder panzer ist ja noch schlimmer das wird gut gehen oder gut gehen fühle mein fuß ja so dramatisch wird sterben wirst schön war doch nicht so spannend holen wir jetzt einfach den lancer und gucken wir mal ob das macht du scheiße oh mein gott die heltert voll aus wie geil die steckt dann einfach weg als wäre das überhaupt nichts und da kommt sogar kommt sogar nur näher und beinahe ok jetzt kommt da los schießt denn ab schießt denn irgendjemand ab das war ja gar nicht schießt denn ab schießt denn ab wer kommt noch mal dran wenn du noch mal dran kommen dann sind wir tot das war knapp als es mir liebbar und da ist meine verstärkung auch wenn sie überhaupt nichts bringt kein problem ja du mich auch ja der da muss weg ich nehme an wenn der weg ist dann kommen auch keine einheit mehr mein gott ich würde sagen dass man das noch hier ich mache mal kurz ein paar und ich würde nämlich gerne jetzt speichern weil diese situation ist ein bisschen schwer zu entschärfen deswegen sage ich mal wie man ihren 14 minuten part und sehen uns dann in der nächsten folge von let's play bei kira kronkitz ich bin ab jetzt fürs zuschauen und sage tschüss tschüss